Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich unglaublich hier zu sein. Ich bin immer gerne in Bayern. Das letzte Mal, als ich hier war, war tatsächlich auch eine Krypto-Party. Von daher passt es ganz gut, dass du eben vom Rückenwind gesprochen hast, den wir mitnehmen aus solchen Veranstaltungen. Bei der letzten Krypto-Party hier in München haben wir eine Halle gebucht. Da passen ungefähr 250 Leute rein, ließ ich mir sagen. Da waren alle Plätze besetzt. Das heißt, wir erleben, dass wir momentan einen Wandel auch in der Bevölkerung haben. Immer mehr Menschen merken, dass etwas falsch läuft und immer mehr Menschen wollen auch etwas daran verändern und die aktuellen Entwicklungen nicht einfach klaglos hinnehmen. Und bei Netzpolitik und Datenschutz geht es mehr als nur darum, Daten zu schützen. Es geht beim Datenschutz überhaupt nicht darum, Daten zu schützen. Es geht darum, Menschen zu schützen. Denn hinter diesen Daten steckt immer ein Mensch. Und informationelle Selbstbestimmung bedeutet das Recht, an den eigenen Daten zu haben, selbst entscheiden zu können, wer sich was für ein Bild von uns macht und zwar mit welchem Recht. Es geht um das Machtverhältnis zwischen Staat und Bürger, aber auch um das Machtverhältnis zwischen Wirtschaft und Staat. Und langfristig geht es bei Datenschutz und der Debatte um Netzpolitik auch nicht nur um Facebook-AGB-Änderungen oder Google-Datenschutzbestimmungen. Das ist nur ein kleiner Teil. Das ist aber auch ein wichtiger Teil. Es geht darum, was für eine Wirtschaft und was für einen Staat 3.0 wir uns wünschen und in was für einen Staat wir leben wollen, in was für einen Staat wir vielleicht auch Kinder setzen wollen. Denn ein immer größerer Teil unseres Alltags wird immer stärker mit digitalen Medien vernetzt. Das ist unausweichlich und in weiten Teilen finde ich das auch gut so. Ich liebe Technik und wir Piraten sind keine technikfeindliche Partei, sondern eine technikfreundliche Partei. Aber wir sind uns eben auch der Risiken bewusst, wenn unreflektierte Technologien zu massenhafter Datensammlungen eingeführt werden, die nicht für, sondern gegen uns arbeiten. Es geht bei der Debatte um Netzpolitik und Datenschutz also um nicht weniger als die Frage, ob Demokratie, wie wir sie kennen, in Zukunft überhaupt noch möglich sein wird in einer voll vernetzten Gesellschaft. Wenn der Staat und Wirtschaft, wenn sie wollen, bis auf unser tiefstes Innere schauen können. Und Netzpolitik ist somit ganz klar Machtpolitik. Netzpolitik ist kein Soft-Thema, kein Thema für Hinterbänkler, wenn wir in die Zukunft blicken, sondern Netzpolitik ist das Thema, was maßgeblich darüber entscheiden wird, in was für einer Wirtschaft, in was für einer Gesellschaft wir leben werden. Denn ohne Datenschutz ist Selbstbestimmung in einer digitalen Informations- und Kommunikationsgesellschaft nicht möglich. Ohne Selbstbestimmung haben wir keine Freiheit, ohne Freiheit keine Demokratie. Und ohne Demokratie müssen wir uns fragen, in was für eine Gesellschaft wir da eigentlich reingeschlittert sind. Datenschutz ist längst kein politisches Neuland mehr, denn der Gesetzgeber sollte sich spätestens seit den 80er Jahren im Klaren sein, dass es auch kein Nischenthema ist. Damals sind Tausende von Menschen bundesweit auf die Straße gegangen im Protest gegen die Volkszählung. Und das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat damals das Datenschutz-Grundrecht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus den allgemeinen Persönlichkeitsrechten, abgeleitet. Man könnte also sagen, in Deutschland ist es in gewisser Weise Vorreiter gewesen in Sachen Datenschutz. Denn das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist aus meiner Sicht ein wirklich visionäres Recht, was ganz viel vorweggenommen hat. Was man eigentlich in den 80ern in einem Zeitalter von Lochkarten und so weiter gar nicht ahnen konnte. Aber das Bundesverfassungsgericht war in dieser Hinsicht visionärer als der Gesetzgeber. Trotzdem frage ich mich manchmal, ob wir den Krieg um Bürgerrechte nicht schon verloren haben. Ich habe mir letztens noch mal einen Vortrag angeguckt, den ich sehr lange nicht mehr gesehen habe. Das war ein Vortrag vom Chaos Communications Kongress des Chaos Computer Clubs 2005. Die Keynote hieß damals, we lost the war, zu deutsch, wir haben den Krieg verloren. Und das war ein Vortrag, der ganz viele Menschen in der Netz-Community sehr wachgerüttelt hat. Denn in dieser Keynote wurde von den Referenten ein sehr düsteres, ein fast schon dystopisches Bild von der Zukunft, die uns erwartet, entworfen. Und die Referenten haben ganz klar gesagt, und in einer erschreckenden Offenheit, dass die Bürgerrechtsbewegung, die digitale Bürgerrechtsbewegung, auf ganzer Linie verloren hat, als es um den Umgang mit Bürgerrechten nach den Anschlägen 2001 aufs World Trade Center ging. Denn nach 2001 haben Innenminister in allen möglichen Ländern, nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA, auch in Frankreich, Großbritannien, in ganz Europa, Sachen aus ihren Schubladen geholt, die dort ganz lange lagen und die für ganz lange Zeit nicht durchsetzbar waren. Die Vorratsdatenspeicherung sollte schon vor 2006 durchgedrückt werden auf EU-Ebene, damals noch mit dem Argument organisierte Kriminalität. Damit ist es nicht durchgekommen. Dann kam der 11. September, plötzlich waren ganz viele Dinge machbar, die vorher nicht denkbar waren. Und in dieser Situation waren die Bürgerrechtler und auch die deutsche Hacker-Community, die auch eine sehr politische Bewegung schon immer war, den ganzen hilflos ausgeliefert, überfahren. Wir waren nicht auf dieses Szenario vorbereitet. Das Problem war nur, die Gegenseite hatte die richtigen Entwürfe in der Schublade, um eine umfassende Überwachung nach und nach durchzudrücken. Und dieses gesellschaftliche Klima der Angst hat dazu geführt, dass Bürgerrechte absolut ins Hintertreffen geraten sind. Und daher war 2005, also lange vor Prism, schon das Resümee von ganz vielen Menschen aus der Szene, dass der Krieg eigentlich schon verloren ist. Dass es jetzt darum geht, politische Bewegungen in Kryptografie zu schulen. Dass es jetzt darum geht, kritische Bewegungen mit Informationen zu versorgen, wie sie sich selbst vor Überwachung wehren können. Sprich Unterstützung von Bürgerrechtsbewegungen im arabischen Frühling. Sprich linken Bewegungen beibringen, wie man verschlüsselt. Und das Erschreckende an diesem Vortrag war, dass dort nicht davon ausgegangen wurde, dass man eine Trendwende jemals schaffen kann. Es wurde gesagt, die Mehrheit wird es gut finden. Die Mehrheit wird es toll finden, dass wir in einem Staat leben werden, in dem Polizei und Geheimdienste präventiv ganz viele Dinge dürfen, die sie jetzt eigentlich nur dürfen nach konkreten Verdacht. Und der Meinung bin ich eigentlich nicht. Denn ich glaube schon, dass wir eine Trendwende schaffen können und dass wir sie schaffen müssen und dass wir vor allem nicht, wie die Bundesregierung uns hinsetzen dürfen, Däumchen drehen können und einfach warten können, bis es von alleine wieder vorbeigeht. Denn ich bin überzeugt davon, dass es von alleine nicht wieder vorbeigehen wird. Denn die vollständige Erfassung der Menschheit durch Staat und Wirtschaft geht mit einem krassen Demokratieabbau Hand in Hand. Wenn die Unschulsvermutung nicht mehr gilt, dann haben wir keinen Rechtsstaat mehr. Wenn wir keinen Rechtsstaat mehr haben, dann gilt Pressefreiheit nicht mehr, dann gilt Meinungsfreiheit nicht mehr. Dann kann ich meinen Mandantenschutz in die Tonne kloppen. Dann kann ich auch die Verschwiegenheitsklauseln, die ich mit meinem Arzt habe, auch in die Tonne kloppen. Dann ist das alles nichts mehr wert. Dann sind ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft nackt. Und ein solcher Staat kann nicht als Demokratie bezeichnet werden. Und 2005 war das Resümee der Keynote, wir als Gesellschaft gehen auf einen Polizeistaat zu, in dem der Staatsgewalt ganz viele Tools an die Hand gegeben werden, die in der Demokratie undenkbar sind. Und 8 Jahre später, also 2013, ist nun Edward Snowden auf der Bildfläche erschienen. Nachdem jahrelang die Netzcommunity eigentlich der Meinung war, dass man im Kleinen so ein bisschen Siege erringen kann, aber die Mehrheit der Masse nicht davon überzeugen kann, dass Datenschutz ein wichtiges Problem ist, dass Bürgerrechte jetzt schon massiv abgebaut werden, kommt Edward Snowden, bringt ganz viele Dokumente an die Öffentlichkeit, und ich fahre nach Bayern und halte einen Verschlüsselungsworkshop vor über 200 Leuten. Und das ist etwas, das hätte ich mir 2005 nicht mal im Ansatz träumen lassen, dass ich zu einer Veranstaltung gehe, wo normale Bürger, nicht technisch interessiert, nicht besonders politisch interessiert, hinkommen und sagen, ihr habt recht, da ist eine Bedrohung und ich möchte mich schützen. Seit Snowden wissen wir, dass die Dystopien, die an die Wand gemalt worden sind, seit 2005 und schon vorher, dass die in weiten Teilen leider bereits Realität geworden sind. Und vor diesem Hintergrund muss ich sagen, die Piratenpartei ist spät dran. Eigentlich hätten wir bei einem solchen Überwachungsskandal schon in den Parlamenten sitzen müssen, schon im Bundestag sitzen müssen, das hätte ich mir gewünscht. Wir hätten uns nicht 2006 gründen müssen, wir hätten uns schon früher gründen sollen, denn eigentlich hinken wir der technischen Entwicklung oder der politischen Entwicklung hinterher. Wir müssen in die Parlamente, um das aufzuhalten. Denn die Parallelstrukturen, die aufgedeckt worden sind, zeigen, dass Grundrechte und Bürgerrechte einen ganz geringen Stellenwert in der Politik haben, und das über alle Fraktionen hinweg. Man darf nicht vergessen, dass die Fronten im Krieg gegen den Terrorismus mittlerweile nicht mehr im Ausland verlaufen, sondern durch unser Facebook-Profil hindurch, durch unser Mail-Konto hindurch. Und das ist politisch gewollt. Und die Frage ist nicht so sehr, ob wir den Kampf in der Vergangenheit verloren haben, sondern was das eigentlich für die Zukunft bedeutet. Denn Demokratie ist immer nur so stark wie ihr Souverän. Und der Souverän, das sind wir. Wenn Datenschutz in einer Informationsgesellschaft nichts mehr bedeutet und wer Datenschutz marginalisiert als Randthema, als Thema, mit dem man keine Wahlen gewinnen kann, der verkennt, was eine Kommunikationsgesellschaft eigentlich in ihrer ganzen Tragweite bedeutet. Und es wird dringend Zeit, dass wir den totalitär anmutenden Wissensanspruch der staatlichen Behörden einen Riegel vorschieben. Denn die Überwachungsgesamtrechnung, um es mal mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts zu sagen, die ist längst im roten Bereich. Und die Rechnung zahlen nicht etwa wir, nicht etwa die Leute, die jetzt im Parlament sitzen. Die Rechnung, die zahlen unsere Kinder. Denn ihnen hinterlassen wir einen schlüsselfertigen Überwachungsstaat und keine Demokratie, wie wir sie hinterlassen bekommen haben. Und diese Debatte, die wir momentan führen über die NSA und auch über die Frage, ob wir den Krieg verloren haben oder nicht, erinnert mich persönlich sehr stark an die ganzen Globalisierungsdebatten, die wir hatten, an die Finanzkrisendebatten, wo auch immer über die Grenze gezeigt wird, wenn es darum geht, wer ist der Schuldig und gesagt wird, wir können nichts machen, das ist eine internationale Entwicklung, das ist quasi ein Sachzwang, vor dem wir stehen, das ist eine technologische Entwicklung, die wir nicht aufhalten können und wir können uns entweder entscheiden, ziehen wir da mit oder werden wir abgehängt. Und dem muss ich ganz klar widersprechen, denn im Endeffekt ist es so, dass die Bundesregierung endlich anfangen müsste, vor ihrer eigenen Haustür zu kehren, anstatt wild über die Grenze zu zeigen. Denn es ist ja klar geworden, dass der Bundesnachrichtendienst, dass die deutschen Nachrichtendienste, dass die deutschen Behörden seit Jahren Bescheid wussten, was da läuft, seit Jahren mit in diesem System drin gehangen haben, Daten reingefüttert haben, Daten rausgezogen haben und dass es eben auch darum geht, inwiefern wir in Deutschland eine Rechtsgrundlage schaffen, dass das nach deutschem Recht legal ist. Denn Überwachung durch technischen Fortschritt ist keinesfalls alternativlos oder unausweichlich. Denn wir können uns entscheiden bei technologischer Entwicklung, in welche Richtung die Reise gehen sollte. Entweder in Richtung Transparenz und Demokratie oder in Richtung Überwachung. Und die Regierung täte gut daran, endlich mal die Milliarden Förderungsprojekte für Überwachungstechnologien rechtslos zu streichen und stattdessen mehr Projekte im Bereich Transparenz und Mitbestimmung zu fördern. Aber das passiert nicht und das ist politisch gewollt. PRISM ist nicht etwa wie eine Naturgewalt über uns gekommen, sondern das Ergebnis eines erdrutschhaften Grundrechtsraubbaus der letzten Jahre. Seit 2001 haben Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden massiv neue Kompetenzen bekommen. Und allein unter Angela Merkel wurden 50, ich wiederhole, 50 Bundesgesetze für verfassungswidrig erklärt. Das ist eine empörende Zahl und viele dieser Gesetze waren tatsächlich Überwachungsgesetze. Das bedeutet, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, gehört der kalkulierte Verfassungsbruch mittlerweile zu der Art, wie Politik gemacht wird, zum politischen Alltag und das über Fraktionen hinweg. Und die Aufweichung des Trennungsgebots und die Abschaffung der Unschulsvermutung durch neue Überwachungsinstrumente hat nicht erst unter Angela Merkel angesetzt, sondern bereits unter Rot-Grün im Nachgang von 2001. Überwachung ist somit für keine Fraktion im Bundestag wirklich Neuland. So viel ist klar. Und wer das behauptet, der versucht einen ganz billigen Taschenspielertrick mit der Bevölkerung durchzuziehen. Denn während in Utah ein neues NSA-Datensilo gebaut wird für 1,5 Milliarden, das allein jährlich Stromkosten von 40 Millionen nach sich ziehen wird, allein für die Instandhaltung der Geräte, währenddessen werden Milliarden in Drohnenprojekte in Deutschland investiert, währenddessen werden Milliarden auf EU-Ebene in Forschungsprogramme wie Index und Adepts und andere Überwachungstechnologien gesteckt. Das heißt, es ist politisch gewollt. Es ist sogar so, dass die Bundesregierung und auch die Bundesregierung der letzten Jahre Überwachung als strategisches Investitionsprogramm gesehen haben, dass es zu exportieren gilt. Und dabei wurde eben nicht der Unterschied gemacht zwischen Unrechtsregimen und Demokratien, sondern die Technologien, die in Ländern wie Syrien oder China oder dem Iran eingesetzt werden, um die Opposition zu unterdrücken, sind Technologien, die in Europa mitentwickelt wurden, die auch von deutschen Unternehmen mitentwickelt wurden. Und das ist politisch gewollt. Denn es wird gesagt, das ist ein Zukunftsmarkt. Und ich muss zustimmen, das ist ein Zukunftsmarkt. Aber diesen Zukunftsmarkt, den bestellen die politischen Entscheidungsträger von alleine. Und wir haben in der letzten Woche erlebt, dass die Voraussagen von 2005, einer düsteren Dystopie, in der Geheimdienst und Polizei sich einfach alles herausnehmen können, dass sie gar nicht mittlerweile so weit entfernt sind von dem, was wir in der Presse lesen. Nehmen wir einmal das Beispiel Guardian in der letzten Woche. Die Tatsache, dass Geheimdienste einfach so in eine Zeitung reinmarschieren dürfen, dass sie einfach so Beweismaterial zerstören dürfen, dass sie einfach so den Quellenschutz damit vollkommen unterwandern, dass sie die Pressefreiheit direkt angreifen und zwar unverhohlt offen, dass sie sich nicht mal schämen, es verdeckt zu machen, sondern dass sie es offen betreiben, dass sie Lebensgefährten von Journalisten unter Terrorverdacht festhalten dürfen. Das alles sind Dinge, die können wir uns lebhaft bei Unrechtsregimen irgendwo außerhalb von Europa vorstellen. Aber das findet mittlerweile mitten in Europa, in Großbritannien statt. Und statt den britischen Botschafter einzubestellen, macht die Bundesregierung genau das, was sie am besten tun kann in solchen Sachen, nämlich nichts. Das heißt, wir beobachten hier eine ganz klare Solidarität zwischen unterschiedlichen Regierungen, die ganz genau wissen, dass sie alle Dreck am Stecken haben und dass sie sich gegenseitig decken. Und ich finde, das ist sehr bedenklich, denn die Tatsache, dass Überwachung Pressefreiheit direkt angreift, das ist nichts Neues, das ist keine neue Botschaft. Diese Botschaft wurde von Bürgerrechtlern seit den 60er, 70er Jahren vorgebracht. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir einfach sehen müssen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht mehr möglich ist, weiterhin mit dieser Entwicklung eine Demokratie mit Checks and Balances zwischen den unterschiedlichen Institutionen aufrechtzuerhalten. Und es wäre durchaus möglich, auf europäischer Ebene etwas zu handeln. Dieses Konstrukt, was aufgebaut wird, dass wir vollkommen handlungsunfähig wären, dass wir nicht in der Lage wären, etwas zu ändern, Das ist aus meiner Sicht eine vollkommene Vortäuschung falscher Tatsachen. Es könnte ohne weiteres auf europäischer Ebene ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet werden. Es könnten Untersuchungen eingeleitet werden. Es könnte politischer Druck gemacht werden, die Überwachungsprogramme und auch die Unterdrückung der Presse zu stoppen. Doch stattdessen beobachten wir, dass etwas ganz anderes läuft. Ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland in Sachen Vorratsdatenspeicherung, weil Deutschland sich weigert, ein neues Überwachungsgesetz von EU-Ebene auf nationale Ebene zu verwirklichen. Und wenn wir noch weiter nach Großbritannien schauen und sehen, was abseits der Tatsache, dass der Guardian durchsucht wurde und dass die Pressefreiheit unter direkter Attacke steht und dass Antiterrorgesetze als Vorwand genutzt werden, um Meinungsfreiheit zu unterdrücken, wenn wir uns noch anschauen, was seit Jahren dort an Entwicklung stattfindet, Wir sehen, dass es in Großbritannien ganze Innenstaatsgebiete gibt, die voll überwacht sind von Videokameras. In Großbritannien ist es ohne weiteres möglich, jemanden in Beugehaft zu nehmen, der sich weigert, sein Passwort herauszugeben von einer Verschlüsselung. Das heißt, die Workshops, die wir hier in München geben für die Menschen, um sich selbst zu verteidigen, die müssen in Großbritannien ganz anders aussehen. Denn mittlerweile hat der Staat sogar angefangen, diese digitale Selbstverteidigung auszuhebeln. Wir haben nicht mehr als Bürger des Rechts innerhalb der Europäischen Union in allen Staaten das Passwort für uns zu behalten. In Großbritannien können wir dafür in den Knast wandern. Und das zeigt, dass Großbritannien etwas ist, woran wir uns kein Beispiel nehmen dürfen. Wir sehen, dass die Entwicklung in der Gesellschaft immer weiter dazu führt, dass unsere Bürgerrechte abgebaut werden. Aber die suggerierte Unausweichlichkeit, die ist nicht nur in Sachen Vorratsdatenspeicherung, in Sachen Prism falsch, sondern es gibt ganz viele Sachen, die wir konstruktiv machen können, konstruktive Gesetze, die uns dazu befähigen, als Gesellschaft starke Abwehrrechte des Bürgers auch in Zeiten zunehmender Überwachung zu erhalten. Wir können einen gesetzlichen Whistleblower-Schutz einführen. Wir können länderübergreifend die Treibjagd auf Menschen, die den Mut haben und die Courage, uns mitzuteilen, was die Geheimdienste hinter ihrem Rücken treiben, beenden. Wir können einen starken europäischen Datenschutz beschließen, in dem Klauseln vorgesehen sind, dass Unternehmen uns benachrichtigen müssen, wenn sie hinter Türen einbauen. Wir können Investitionen in freie Software, quelloffene Software tätigen und Technologien fördern, die für uns statt gegen uns arbeiten. Und wir können ehrliche Aufklärung betreiben, statt es weiter auszusetzen. Es ist nicht so, dass Deutschland oder Europa den USA ausgeliefert wäre. Wir haben viele Hebel, an denen angesetzt werden kann. Das wird aber politisch momentan nicht umgesetzt. Noch vor wenigen Wochen wurde in der Debatte das Freihandelsabkommen zwischen EU und USA in die Debatte eingeworfen. Und gerade dort hätte die Bundesregierung auf den Tisch schauen können und sagen können, wir unterzeichnen dieses Abkommen so lange nicht, bis aufgeklärt wurde, inwiefern unsere Abgeordneten überwacht wurden, inwiefern auch unsere Bürger überwacht wurden. Und wir fordern, dass hier Klauseln vorgesehen sind, die garantieren, dass dieser massenhafte millionenfache Übergriff auf unsere Grundrechte nicht länger hingenommen wird. Aber das wurde nicht getan. Statt über ein internationales Abkommen für den Frieden und die Freiheit im Netz zu sprechen, eine echte Abrüstung, so wie nach dem Kalten Krieg, als es um den Umgang mit Atomwaffen ging. Stattdessen wird über neue internationale Kooperationen der Geheimdienste geredet. Und statt echte Reformen zu machen und zu sagen, dass man gewisse Dinge einfach in der Demokratie nicht tun sollte, werden hier im Nachhinein wieder kleine Verwässerungen vorgenommen. Es wird gesagt, ja, wir bessern uns, wir werden es in Zukunft nicht mehr machen. Aber gleichzeitig bleibt die gesetzliche Grundlage doch dieselbe. Aber die Einrichtung eines engmaschigen Überwachungsnetzes wurde nicht nur von politischer Seite befördert, sondern wird auch durch die Strukturen, die wir auf den digitalen Märkten vorfinden, unglaublich befördert. Denn wenn wir uns anschauen, wie es momentan um den digitalen Markt bestellt ist, sehen wir, dass es ganz wenige große Anbieter gibt, bei denen die Staaten ansetzen müssen, wenn sie unsere Daten haben wollen. Wir haben uns hier eine kleine Handvoll Monopolisten herangezüchtet, die in der Lage sind, ihre Verbraucher, ihre Nutzer bis aufs Innerste zu durchleuchten. Das bedeutet, die Anzapfung unserer Daten ist mit sehr geringen Kosten verbunden. Denn ich brauche nicht 100 oder 200 Anbieter anzufragen, ob ich eine Hintertür dort einbauen kann, sondern mir reichen die Big Player und die kooperieren, wie wir ja in den letzten Wochen gesehen haben. Und die werden auch finanziell dafür entschädigt, dass sie kooperieren. Und die Tatsache, dass wir im Internet oft es mit Kosten, nur vermeintlich kostenlosen Diensten zu tun haben, bedeutet noch etwas anderes, was ganz wichtig ist für uns. Denn in dem Moment, wo wir nicht für einen Dienst bezahlen, werden wir eben zur Ware. Wir werden zum Produkt, was vermarktet wird von den digitalen Anbietern. Und unsere Grundrechte sind denen einen feuchten Kehrig wert. Aber digitale Märkte sind eben mehr als nur Märkte. Denn die digitale Welt ist längst für uns Teil der kritischen Infrastruktur unserer Demokratie geworden. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Zeit, als das Internet neu entstanden ist, als das Internet sich verbreitet hat, dann sehen wir, dass das Netz in weiten Teilen auf Protokollen, auf einer Infrastruktur aufbaut, die offen ist. Das Internet, so wie wir es heute vorfinden, wäre nicht möglich, wenn die Protokolle am Anfang nicht freigegeben worden wären für die allgemeine Verwendung. Wir sehen also, dass es einen riesigen gesamtgesellschaftlichen Gewinn gibt, wenn wir auf offene Strukturen, offene Protokolle, offene Schnittstellen und freie Software setzen. Das Problem ist nur, dass dieser Grundgedanke des Netzes in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten ist vor kommerziellen Interessen. Der US-Schriftsteller und Netzaktivist Corey Doktorow sagte einmal, dass es bei der Debatte um Datenschutz gar nicht mehr so sehr um das Hier und Jetzt geht. Es geht gar nicht so sehr um Cookies, die auf Seiten eingesetzt werden. Es geht gar nicht so sehr um die Datenschutzbestimmung, die wir jetzt irgendwo abhaken, ohne sie gelesen zu haben. Sondern es geht bei der Debatte um freie Plattformen und unzensierte Inhalte im Netz, darum, dass er im Alter wahrscheinlich eine digitale Sehhilfe nutzen wird, die dann die volle Kontrolle darüber hat, was er sieht, was er nicht sieht und die Daten darüber sammelt, was er sieht. Und in dem Moment, in dem er und seine Wahrnehmung vollkommen davon abhängig sind, wie dieses Instrument, diese Krücke, die wir zur Erweiterung und Verbesserung unseres Körpers dann vielleicht benutzen, nehmen, in diesem Moment möchte er die Kontrolle darüber haben. Das heißt, wenn wir dort ein proprietäres System haben und freie Software bedeutet, dass wir können nicht ausschließen, dass Hintertüren bei unserer digitalen Sehhilfe sind. Und das ist eine wirklich bedrohliche Situation. Wenn wir nicht ausschließen können, dass das ein Dienst ist, der vielleicht Daten irgendwo nach Hause telefonieren lässt, um das zu Werbezwecken weiter zu verbreiten, ist das auch eine Situation, die wir nicht haben möchten. Denn unser Seefeld ist, weiß Gott, das Privateste, was wir mitunter in unserem Leben haben. Das klingt alles so ein bisschen nach Science Fiction, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine realistische Einschätzung der Zukunft ist, wie sie uns erwartet. Und das Netz, was wir eben heute vorfinden, das reagiert nicht angemessen darauf, wie das Netz in 10, 20 Jahren aussehen wird. Wir haben momentan Monopole von gigantischem Ausmaß. Wir haben Google, Google ist eine Art Gatekeeper geworden. 90 Prozent der Menschen, die im Netz irgendetwas suchen, werden das über Google suchen. Das heißt, was Google vorgibt, was relevant ist, das wird relevant. Das ist eine Self-Fulfilling Prophecy. Wir haben hier jemanden, der, wenn er es möchte, private Profile von all unseren geheimen Suchanfragen, unserer Gedanken anlegen kann. Und wenn wir gerade noch mal Google als Beispiel nehmen, dann ist es eben nicht nur die Suchmaschine, sondern ist es auch unser Android-Smartphone, was mit Google gekoppelt ist. Dann ist es vielleicht auch Google Plus, was mit unserem Google-Account gekoppelt ist. Und dann ist es vielleicht unser Browser Chrome und unser Google-Mail-Account. Und dann ist es eben der gläserne Verbraucher, vor dem wir immer gewarnt haben. Und das, was wir eigentlich in der mündigen Situation als Bürger nicht haben wollen. Das ist keine informationelle Selbstbestimmung. An der Stelle, wenn ich eben kein, also nicht angehen kann, dass ich gewisse Datensammlungen als übergriffig empfinde und diese nicht möchte. Wir haben eine Monopolsituation auf dem Android-Markt, auf dem Smartphone-Markt, wenn wir uns anschauen, dass Android und iOS 90% des Marktes kontrollieren und diese wiederum auf eine App-Technologie setzen, die wieder so eine Art Gated Community bildet, in der wir uns bewegen und in der wir umfassend Datensammlungen anlegen und Daten gehortet werden von uns. Und seitdem Google seine Datenschutzbestimmungen zusammengelegt hat, bedeutet das eben nicht nur, dass die einzelnen Dienste Daten sammeln, sondern dass diese Daten zusammengelegt werden. Das heißt, das, wovor Datenschützer in den letzten 10, 20 Jahren gewarnt haben, dass eine Vollprotokollierung des menschlichen Verhaltens möglich ist, das ist mittlerweile tatsächlich bei jemandem, der Intensivtechnologien nutzt, der in all seinen Bereichen, beispielsweise Google, einsetzt, möglich. Der milliardenfache Grundrechtsbruch, den wir in den letzten Wochen erlebt haben und auch die Verwicklungen zwischen privaten Anbietern und Staaten, die dort offengelegt wurden, zeigen, dass wir an vielen Stellen im Netz mittlerweile Gated Communities haben. Und das Recht auf unsere eigenen Daten geben wir bei diesen Gated Communities beim Förtner ab. Der Zweitschlüssel von unseren Bungalows innerhalb dieser schönen Gated Community mit toller Nutzeroberfläche geht dabei an Marktforscher und den Staatsdienst. Die Strukturen des Netzes waren also eigentlich niemals auf Kommerz ausgelegt. Es war eigentlich niemals eine Gated Community. Es war immer eine offene Struktur, eine offene Gesellschaft. Um Kommerz, um das Netz und viele Netzdienstleistungen kommerziell auswertbar zu machen, wurde aber diese Entwicklung umgedreht. Und der Staat hat den Fehler gemacht, aus meiner Sicht, hier nicht rechtzeitig einzugreifen. Denn für den, also selbst wenn man sagt, genauso wie man sagt, sie haben ja nichts zu verbergen, dann haben sie schon nichts zu befürchten, wird an dieser Stelle auch das Argument gebracht, naja, sie können sich ja frei entscheiden, sie können sich ja frei entscheiden, Google nicht zu nutzen, sie können sich ja frei entscheiden, ihr Smartphone zu nehmen und dort ein anderes Betriebssystem draufzumachen, oder sie können einen Rechner kaufen und da Windows runterschmeißen und da Linux draufpacken. Aber an dieser Stelle frage ich mich, wie viel Prozent der Nutzer ist denn technisch in der Lage, das zu machen? Meine Mutter kriegt das hin, die ist Datenbankadministratorin, aber 90 Prozent meiner Freunde in meinem Alter sind nicht in der Lage, sich ein eigenes Linux aufzusetzen. 90 Prozent der Nutzer, die ein eigenes Smartphone haben, ich würde sogar sagen, 99 Prozent der Nutzer, die ein eigenes Smartphone haben, wären nicht in der Lage, es eigenständig zu unlocken, weil es einfach so komplex ist, so kompliziert ist und im Übrigen auch eine Frechheit ist, dass man selber in den Zugzwang gebracht wird, es zu machen, anstatt dass man beim Kauf schon entscheiden kann, so naja, Windows ist nicht mein Ding oder ich möchte ein anderes Betriebssystem oder so eine allgemeine Kopplung mit Google finde ich nicht so gut. Das heißt, hier haben wir eine Struktur, in der Verbraucher durch diese Monopolsituation ganz klar ins Hintertreffen gemacht wird und hier wird aus meiner Sicht im Bereich Datenschutz ganz auf victim blaming gemacht, in dem gesagt wird, naja, du bist ja selber schuld, du hast deine Daten halt in die Google Cloud gelegt, naja, du bist ja selber schuld, wenn du auf Facebook bist. Ganz ehrlich, wenn man sich Jugendliche anschaut, die 15, 16, 17 Jahre alt sind, die können es oftmals noch nicht absehen, was für eine Tragweite diese Entscheidung hat, ihr komplettes Innenleben bei Facebook auszubreiten und diese Leute haben eben nicht die Wahl. Wenn man ein soziales Netzwerk nutzen möchte, dann gibt es eigentlich nur ein soziales Netzwerk, denn man geht ja nicht zu Facebook, weil Facebook irgendwie so gute AGB hätte oder weil Facebook so einen guten Service hätte oder so gute Datenschutzbestimmungen, nee, man geht zu Facebook hin, weil bei Facebook all unsere Freunde sind. Und das ist eine Situation, in der man nicht mehr von freier Wahl sprechen kann, da nehmen sich Monopolisten einfach grundsätzlich viel zu viel raus. Momentan bewegt sich allerdings einiges im Bereich Datenschutz und Marktkontrolle. Auf europäischer Ebene wird gerade die EU-Datenschutz-Grundreform verhandelt. Diese Reform wird die Rechtslage in allen EU-Staaten umfassend ändern, denn bisher haben wir die Situation, dass jeder Staat so sein eigenes Süppchen kauft und wir haben europäische Richtlinien, die teilweise umgesetzt werden, teilweise nicht. Und bei der Verordnung wird es so sein, dass dieses Gesetz unmittelbar in allen europäischen Ländern unmittelbares Recht wird. Das heißt, das, was momentan verhandelt wird, ohne große öffentliche Aufmerksamkeit und unter großem Lobby-Einfluss im Übrigen, wird in Zukunft darüber entscheiden, wie mündig der digitale Verbraucher sein wird. Und dort, bei dieser EU-Datenschutz-Grundreform, beobachten wir tatsächlich, dass der Kampf nicht auf allen Ebenen verloren ist. Es gibt einige Änderungen, die revolutionär sind. Beispielsweise ist in dieser EU-Datenschutz-Grundreform vorgesehen, dass EU-Datenschutzrecht immer dann greifen soll, wenn Daten von EU-Bürgern betroffen sind. Und das ist eine echte Revolution. Bisher ist es so, dass der Server-Standort oder der Unternehmensstandort maßgeblich ist bei vielen Datenschutzfragen. Und in dem Moment, wo jedes Mal, wenn EU-Verbraucher gezielt angesprochen werden, EU-Datenschutzrecht gilt, werden ganz viele US-Unternehmen ganz massive Probleme bekommen mit der Art und Weise, wie sie jetzt derzeitig mit ihren Nutzern umspringen. Und für diejenigen, die sich daran nicht halten wollen, gibt es auch eine zweite großartige Neuerung in dieser Reform, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Und zwar sollen erstmals echte, harte Strafen für Datenschutzsünder eingeführt werden. Das heißt, wenn jemand Datenschutzverstöße begeht, kann er bis zu 2% seines jährlichen Umsatzes weltweit als Strafe zahlen. Und das ist bei einem Millionenunternehmen, bei einem Milliardenunternehmen ganz schön viel. Zwar ist es so, dass viele Klauseln derzeit unter Lobby-Einfluss in dieser Datenschutzreform schon extrem aufgeweicht worden sind. Trotz allem sind dort sehr viele wichtige Neuerungen drin. Und wir müssen daher, auch im Zuge des NSA-Skandals, jetzt darauf hinarbeiten, dass die wichtigen Änderungen, die für uns eine Verbesserung bedeuten, in dieser EU-Datenschutzreform nicht rauslobbyiert werden. Und auch an anderer Stelle kann die EU momentan zwar mit einer stärkeren Beschäftigung aufwarten, aber eine wirkliche Revolution fehlt noch. Und zwar bei der Frage der Netzneutralität. In Deutschland hatten wir eine große Debatte darum, inwiefern es richtig oder rechtens ist, dass die Telekom versucht, ihre Marktmachtstellung auf dem Markt für Telekommunikationsdienste auf nachgelagerte Märkte zu übertragen. Das ist nämlich Sinn der Sache bei der Verletzung der Netzneutralität. Es geht darum, dass eigene Dienste eine Vorfahrt bekommen, besser behandelt werden und schneller befördert werden als andere Anbieter, um sich einen gewissen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu sichern. Auf europäischer Ebene wurde daraufhin mit großem Trara verkündet, dass man sich doch für Netzneutralität jetzt einsetzen würde. Allerdings hatte das Ganze einen Haken. Genauso wie das Gesetz, das auf Bundesebene kommen wird, auch einen Haken hat. Und zwar werden dort ganz viele Dienste, die gegen die Netzneutralität verstoßen, systematisch ausgenommen. Und da gilt es für uns, noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um zu erklären, warum Netzneutralität unverzichtbar ist für eine Meinungsfreiheit, für ungehinderten, ungefilterten Zugang zu Informationen und eine Demokratie, in der es eben nicht davon abhängig ist, wie viel Geld mein Unternehmen hat oder welchen Telekommunikationsanbieter ich mit wie vielen Millionen schmiere, damit ich meine Informationen in angemessener Zeit an den Mann bringen kann. Das Problem ist, dass momentan in ganz vielen Bereichen auch die Visionen fehlen. Es wird immer im Klein-Klein etwas verändert, hier ein bisschen mehr Strafen und dort vielleicht ein bisschen mehr Transparenz, mehr Aufklärung und vielleicht eine zusätzliche Klausel in der AGB, die am Ende eh niemand liest. Aber was so fehlt, sind die großen Visionen. Und wenn man sich daran zurückerinnert, wie früher einmal die E-Mail funktioniert hat, sieht man, dass es ganz viele Probleme, Problemstellungen im Netz gibt, die wir schon mal hatten und Probleme, die wir auch schon mal gelöst haben. Wenn wir uns an die Anfangszeit der Mail zurückerinnern, ist es so, dass man früher von einem AOL-Mail-Account nur zu einem anderen AOL-Mail-Account schreiben konnte. Das war eine Gated Community. Es war nicht möglich, zu einem anderen Diensteanbieter zu schreiben in der extremen Anfangszeit. Und das wurde irgendwann dadurch behoben, dass man sich auf offene Schnittstellen, auf offene Protokolle geeinigt hat. Das heißt, eine gemeinsame Sprache, die alle Anbieter sprechen. Und dadurch ist es überhaupt erst möglich, dass wir so etwas wie ein neues Kommunikationsmedium geschaffen haben. Und wenn wir uns jetzt die neue E-Mail angucken oder das neue Kommunikationsmedium, was die Masse der Internetnutzer mitreißt, die sozialen Netzwerke, dann sehen wir, dass derselbe Fehler wieder gemacht wird. Warum ist es eigentlich nicht möglich, dass ich von Facebook aus nach Google Plus schreiben kann oder nach Diaspora? Warum ist es nicht möglich, dass ich mir selber meinen Anbieter aussuchen kann? Warum ist es nicht möglich, dass ich mir meinen eigenen Server aufsetzen kann mit meinem eigenen sozialen Netzwerk und dann selbst entscheiden kann, inwiefern ich mit welchen anderen Netzwerken kommuniziere und trotzdem nicht alle meine Freunde verliere, die sich vielleicht dafür entschieden haben, bei kommerziellen Anbietern zu sein, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich es nicht sein möchte. Und das Problem ist, dass hier eine Entwicklung verpennt wurde. Wir haben verpennt, hier gesetzliche Regelungen aufzusetzen, wo wir hier einen Standard zu entwickeln, dass alle Anbieter mit demselben offenen Protokoll kommunizieren. Wir haben verpennt, die Anbieter dazu zu verpflichten, in ihren Gated Communities Türen einzubauen, mit denen ein- und auskommunizieren kann. Wir haben verpasst, das File-Sharing als Metapher zu sehen und dieses File-Sharing, diese Peer-to-Peer-Verbindung, diese Verbindung zwischen einzelnen Menschen, als den Grundgedanken des Internets zu verstehen, was wir auf alle möglichen Bereiche übertragen können. Auch auf die Politik im Übrigen. Wir brauchen keine großen Diensteanbieter, die wie Knotenpunkte dazwischen stehen. Genauso wenig, wie wir in der repräsentativen Demokratie ständig darauf angewiesen sein müssen, dass Politiker für uns etwas machen und wir sie alle vier Jahre abstrafen. Eigentlich ist Demokratie eine Peer-to-Peer-Geschichte, eine Kommunikation zwischen Menschen und nicht eine Kommunikation über Server hinweg. Das heißt, es ist höchste Zeit, auch technische neue Lösungen zu denken. Das würde sehr vielen Anbietern sehr wehtun. Damit würde man sich bei sehr vielen Monopolisten sehr unbeliebt machen. Denn damit würde man Monopole zerstören. Damit würde man Konkurrenz und Wettbewerb schaffen. Denn momentan ist es ja so, wenn man offene, also ohne diese offenen Strukturen, wer möchte denn das Risiko eingehen, als Start-up ein neues soziales Netzwerk zu gründen, um gegen die großen Monopolisten anzukämpfen. Bei einer Marktstruktur, wo man nur dann eigentlich eine Chance hat, wenn man eine kritische Nutzermasse hat und die zu erreichen ist, quasi unmöglich mit dem Startkapital, was den meisten zur Verfügung steht. Wir müssen also radikale Einschnitte machen, aus meiner Sicht in vielen Bereichen. Und das bedeutet auch, dass wir das Kartellrecht vielleicht mal umdenken. Ob das Kartellrecht noch angemessen ist für die digitalen Monopole, die wir jetzt haben. Und ob das Kartellrecht noch in der Lage ist, Machtmissbrauch gegen Verbraucher auf digitalen Märkten zu verhindern. Wenn wir jetzt nicht über die kritische Infrastruktur des Internets reden, und zwar nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch von wirtschaftlicher Seite, laufen wir aus meiner Sicht Gefahr, dass uns die digitale Demokratie langfristig aus den Händen genommen wird und wir der marktbeherrschenden Stellung von Big Playern und ihrer Zusammenarbeit mit staatlichen Diensten vollkommen ausgeliefert sind. Als ein Journalist Edward Snowden gefragt hat, warum er das eigentlich tut, hat er eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Antwort gegeben. Und zwar hat er gesagt, dass es ihm gar nicht so sehr um die einzelnen Enthüllungen geht, sondern für ihn ist das Ziel seines Handels, der Grund, warum er Familie zurücklässt und Leib und Leben riskiert, der Grund, dass er der Meinung ist, dass man eben den Krieg noch nicht verloren hat gegen die Überwacher, dass es möglich ist, eine Trendwende herbeizuführen und dass er sich wünscht, von den Bevölkerungen in der ganzen Welt, dass sie aufstehen und sich gegen diese Strukturen der zunehmenden Überwachung und dieses Überwachungsbündnis zwischen privaten und staatlichen Diensten zu wehren. Das heißt, Edward Snowden hat anscheinend den Vortrag 2005 vom CCC, We Lost the War, entweder nicht gehört oder er würde ihn eh nicht unterschreiben, denn aus seiner Tat spricht die Hoffnung auf eine Änderung, dass wir einen Klimawandel schaffen können im Bereich der Grundrechte. Und wenn ich mir überlege, wie das bürgerrechtliche Engagement in den letzten Jahren ausgesehen hat, würde ich das voll und ganz unterschreiben, dass wir eine Trendwende hinkriegen können, wenn ich mich daran erinnere, wie Demonstrationen gegen Netzsperren oder für Meinungsfreiheit im Netz 2007, 2006 ausgesehen haben, muss ich sagen, da hat sich einiges bewegt. 2006, 2007 waren wir froh, wenn 100, 200 Leute auf der Straße waren und überhaupt verstanden haben, worum es geht. Es wäre undenkbar gewesen, dass so etwas wie die Vorratsdatenspeicherung bundesweit mehrere 10.000 Menschen dazu bewegt, lokal auf die Straße zu gehen. Es wäre undenkbar gewesen, dass wir so etwas wie Akte eines Tages haben, bei denen Hunderttausende in ganz Europa, in unterschiedlichen Städten zeitgleich auf die Straße gehen. Es wäre undenkbar gewesen, dass auch die Jugendlichen auf die Straße gehen. Wenn ich mir anschaue, wie die Akte-Proteste in Hamburg aufgelaufen sind, das waren nicht die großen Köpfe der Netzbewegung, die das gesteuert haben, sondern das waren die Kids, die mit Facebook und Google aufgewachsen sind, denen aber klar ist, dass sie nicht wollen, dass sie bis aufs Innere durchleuchtet werden. Das sind die Kids, die aufgewachsen sind, mit Pirate Bay und Co. und denen klar ist, dass wir in ganz vielen Sachen einfach intuitiv eine Reform brauchen. Und so etwas wie die Piratenpartei, eine Partei, die in Parlamenten sitzt, die sich für diese Grundwerte einsetzt, das war 2005 auch noch überhaupt nicht denkbar. Und ich glaube eben aus diesem Grund, dass wir in ganz vielen Stellen bereits an der Trendwende bauen. NSA fällt in vielen Bereichen auf fruchtbaren Boden. Viele Menschen haben sich in den letzten Jahren bereits mit Datenschutz auseinandergesetzt. Ich weiß, es ist nicht die Mehrheit und ich weiß, es ist noch nicht die kritische Masse. Aber wenn wir weiterhin daran arbeiten, dann bauen wir eben ein Fundament, auf das wir aufbauen können. Und jeder dieser Bausteine trägt dazu bei, dass wir die Trendwende, glaube ich, schaffen können. Und das Bundesverfassungsgericht hat beim Urteil zur Vorratsdatenspeicherung etwas sehr Kluges bemerkt. Und zwar, dass wir aufhören müssen, uns an einzelnen Maßnahmen festzubeißen und diese zu kritisieren, sondern dass es bei der Frage um Überwachung durch den Staat vielmehr in einer Informationsgesellschaft um die Überwachungsgesamtrechnung geht. Das heißt, es geht bei dem Urteil um die Vorratsdatenspeicherung nicht nur um die Vorratsdatenspeicherung, sondern es geht darum, welche anderen Daten alle an diese sogenannten Metadaten anknüpfen. Es geht darum, dass das nur einer von ganz vielen Bereichen ist, in der der Staat zunehmend unsere Daten möchte und dass wir als Gesellschaft, aber auch der Gesetzgeber eigentlich verpflichtet sein sollte, eben nicht nur isoliert eine einzelne Maßnahme zu beurteilen, sondern eben auch den Kontext sehen muss, die Richtung, in die sich unsere Gesellschaft bewegt. Und fehlenden Datenschutz bezahlen wir, also diese Rechnung werden wir begleichen müssen, und zwar im Hier und Jetzt und auch in der Zukunft, und zwar in der Währung Freiheit, denn beim Ausverkauf der Grundrechte, beim Datenschutz geht es nicht um ein Randproblem, denn Datenschutz ist das Bürgerrecht des 21. Jahrhunderts. Beim Datenschutz geht es um digitale Versammlungsfreiheit, beim Datenschutz geht es um die Unverletzlichkeit der Wohnungen, um Pressefreiheit, um Meinungsfreiheit. Das sind alles Sachen, die sind kein Randproblem, die sind das Fundament unserer Demokratie. Das heißt, Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung sollten eben ein Kernanliegen moderner Politik sein, wenn wir jetzt die Weichen für eine lebenswerte digitale Gesellschaft stellen wollen. Und wenn Menschen sagen, dass man mit Datenschutz keine Wahlen gewinnt, dann würde ich dem ganz klar widersprechen, denn selbst wenn wir mit Datenschutz keine Wahlen gewinnen, verlieren wir doch ohne Datenschutz unsere Demokratie. Und deshalb braucht es eine Partei, die kompromisslos dafür einsteht, hier eine Kehrtwende für die Bürgerrechte zu erstreiten. Und ich bin sehr froh, dass aus diesem Grund die Piratenpartei Angriff genommen hat auf die Parlamente, um das zu ändern. Danke. Applaus